Was feiern wir an Sankt Martin? Jedes Jahr am 11. November feiern wir Sankt Martin. Sankt Martin heißt Heiliger Martin. Wir denken an diesem Tag an den Heiligen Martin. Aber wer war dieser Heilige Martin? Viele kennen vielleicht diese Geschichte. Martin hat seinen Mantel mit einem Bettler geteilt. Was einige nicht wissen, Der Heilige Martin hat wirklich gelebt. Das war vor vielen hundert Jahren. Auch die Geschichte mit dem Bettler ist wirklich passiert. Damals war Martin Soldat. Es war Winter und sehr kalt. An der Straße saß ein Bettler. Dem Bettler war kalt. Er war arm und hatte nichts anzuziehen. Martin hat dem Bettler geholfen. Er hat seinen Mantel zerteilt Und dem Bettler eine Hälfte abgegeben. Die anderen Soldaten haben Martin ausgelacht. Sie haben gesagt, Warum hast du dem Mann die Hälfte vom Mantel gegeben? Jetzt musst du frieren. Martin war das egal. Er hat gerne Menschen geholfen. In der nächsten Nacht Hat Martin in einem Traum Jesus gesehen. Im Traum hatte Jesus Den halben Mantel an. Da wusste Martin Es ist richtig, Anderen Menschen zu helfen. Jesus will das so. Martin wollte nicht länger Soldat sein. Er wollte nicht länger kämpfen. Martin wollte lieber für Gott da sein. Er ließ sich taufen. Er hat ein Kloster gegründet. Er hat vielen Menschen geholfen. Martin wurde Bischof In der Stadt Thur Sein Name war jetzt Martin von Thur Martin hat als Bischof Weiter viel Gutes getan. Die Menschen erzählten sogar von Wundern. Sie erzählten, Bischof Martin hat einen Toten zum Leben erweckt. Martin von Thur Ist schon vor langer Zeit gestorben. Er ist immer noch ein Vorbild für andere Menschen. Deswegen ist Martin heilig. Wir nennen ihn Sankt Martin. Das heißt Heiliger Martin.